Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zur Bekanntgabe des XXL-Tuber-Day. Datum. 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 Endlich. Es hat wirklich lange gedauert, das wissen wir auch. Darum haben wir uns überlegt, ihr bekommt jetzt noch einen Tag Zeit. Beziehungsweise, wenn ihr es rausbekommt, ihr könnt jetzt mal genau hinhören, indem ihr spielen Stille Post. Kennt ihr ja schon wieder von euch, oder? Und ja, ihr müsst jetzt ganz genau hinhören, denn es könnte sein, dass ihr was raushört. Viel Spaß. Der XXL-Tuber-Day ist, dann. Oh, ho, ho, ho. Ja? Ja? Okay. Der XXL-Tuber-Day. Das Datum für den XXL-Tuber. Psst, er fragt ihn vor. Psst, er fragt ihn vor.